Das Coronavirus hat die Wissenschaft so weit vorangebracht, dass bisher unvorstellbare Waffen im feinsten Detail hergestellt werden können. Die Medizin und Pharma-Branche ist begeistert. Das Coronavirus hat einen Durchbruch im Verständnis des menschlichen Immunsystems ermöglicht. Es wurde nicht nur ein Impfstoff entwickelt, der die Ausbreitung des Coronavirus stoppen soll. Visionäre Forscher glauben, dass ihr Traum von der Heilung hoch ansteckender Krankheiten wie HIV endlich wahr wird. Mithilfe fortschrittlicher Technologien im Bereich der Genomik, Systembiologie und Künstliche Intelligenz, kurz KI, und der massenhaft gesammelten Daten des Coronavirus werden die Träume der Wissenschaftler nun Wirklichkeit. Aber die Geschichte zeigt, dass große wissenschaftliche Fortschritte nie kommen, ohne auch die Kriegsführung voranzutreiben. Am 27. Januar moderierte der Gründer von Spitzberg Partners, Karl Täter zu Guttenberg, eine Online-Diskussion zwischen Wayne Koff, CEO, Präsident und Gründer des Human Vaccine Projects, und Anja Langenbucher, Europadirektorin der Bill & Melanie Gates Foundation. In einem Artikel über die Diskussion hieß es, Zitat, Sowohl das Human Vaccine Project als auch die Bill & Melanie Gates Foundation sind weltweit führende Experten im Verständnis und der Bekämpfung von Krankheitsausbrüchen. Das Human Vaccine Project ist der Pionier bei der Entschlüsselung der menschlichen Immunität. Die Entschlüsselung des menschlichen Immunsystems ist die nächste große Errungenschaft der Wissenschaft. Dies ermöglicht, das enorme Potenzial, das in anderen Menschen steckt, zur Bekämpfung von Krankheiten zu nutzen. Zum ersten Mal in der Geschichte eröffnen Technologien aus den Bereichen Genomik, Systembiologie und künstlicher Intelligenz Forschungsgebiete in atemberaubendem Tempo. Zitat Ende. Ein Artikel von Atlantikbrücke fasste Diskussionen zusammen und stellte fest, Zitat, Bei dem Versuch, das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln, erwies sich der Ausbruch des Coronavirus als lehrreich, so Koff. Die Tatsache, dass in weniger als einem Jahr ein Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt wurde, stellt eine unglaubliche wissenschaftliche Leistung dar, Zitat Ende. Aber wie der Artikel zeigt, rätseln Wissenschaftler immer noch darüber, warum ältere Menschen anfälliger für das Virus sind, warum einige gut auf den Impfstoff reagieren, während er bei anderen weniger wirksam ist. Jeder der 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde hat ein individuelles Immunsystem, das gemeinsame Regeln teilt, aber selbst völlig einzigartig ist. Die weltweiten Auswirkungen der Pandemie, die Massentests und die massenhaften Impfungen lassen die Wissenschaftler weitere Rückschlüsse auf das Immunsystem ziehen. Millionen von Menschen haben eine unterschiedliche Reaktion auf das Virus gezeigt. Die Widerstandsfähigkeit der einen und die Schwäche der anderen erlaubt es den Wissenschaftlern, ein besseres Verständnis darüber zu gewinnen, wie das Immunsystem funktioniert. Die Wissenschaftler haben auch ein besseres Verständnis darüber gewonnen, wie sich Viren verbreiten und wie Impfstoffe entwickelt werden können, um ihnen entgegenzuwirken. Bisher war zum Beispiel bekannt, dass die Sterblichkeitsrate bei SARS bei 10% liegt, während MERS eine Sterblichkeitsrate von 33% hat. Die Wissenschaftler hoffen nun, ein umfassenderes Verständnis dafür zu erlangen, warum manche Krankheiten tödlicher sind als andere. Langfristig, sagte Koff, will das Human Vaccine Project mithilfe der KI ein Modell des menschlichen Immunsystems erstellen. Ein solches Modell könnte genutzt werden, um die Anfälligkeit und die Stärke des Immunsystems besser zu verstehen. Es würde damit die Entwicklung vieler Heilmittel gegen Krankheiten fördern. Die gleiche Technologie könnte aber auch als Waffe eingesetzt werden. Während der Pandemie wurden DNA-Proben von Millionen von Menschen gesammelt und analysiert. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass China, getarnt als Akt der Freundlichkeit, versucht hat, Covid-19-Testzentren in Amerika einzurichten, um einfach DNA-Proben zu sammeln. Zitat, ausländische Mächte können biometrische Informationen aus Covid-Tests sammeln, speichern und ausnutzen. Zitat Ende, warnte Bill Ivania, der damalige Direktor des Nationalen Counterintelligence and Security Center in Amerika, in einer öffentlichen Bekanntmachung. Fox News berichtete, dass Geheimdienstmitarbeiter feststellten, dass eine chinesische Firma anbot, Covid-19-Testlabore in den Vereinigten Staaten für genau diesen Zweck zu bauen. Es gibt viele, die vor Chinas bösartigen Ambitionen gewarnt haben. Greg Bermann, Executive Director for the American Security Institute, bemerkte in einem Artikel, der am 10. Februar in der Newsweek veröffentlicht wurde, Zitat, Die BGI Group, Chinas größtes Genetikunternehmen, hat sich im vergangenen Jahr an eine Reihe von Staaten gewandt und bietet Covid-Tests und Labore an. Aber hüten sie sich vor den Chinesen, die Geschenke bringen. Die regierende kommunistische Partei Chinas finanziert die BGI Group, die die China National Jean Bank, eine riesige DNA-Datenbank, betreibt. Während die meisten US-Bundesstaaten die Großzügigkeit ablehnten, wurden in mindestens einem Staat Testmaterial verwendet. Geheimdienstexperten warnten kürzlich, dass chinesische Unternehmen auch versuchen, durch Partnerschaften oder Investitionen in US-Firmen an persönliche Daten einschließlich DNA zu gelangen. Laut Marco Polo Database haben chinesische Interessenten fast 2400 US-Firmen aufgekauft, darunter mehr als 20 im Bereich Gesundheitswesen und Pharmazeutika, Zitat Ende. Immer mehr Menschen machen auf und erkennen die Bedrohung, die von China ausgeht. Aber amerikanische DNA wird nicht nur von den Chinesen gesammelt. Auch andere ausländische Mächte haben sich mit US-Firmen zusammengetan, um Durchbrüche in der Pandemie zu erzielen. Pfizer und das deutsche Start-up-Unternehmen BioNTech schlossen 2018 eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung eines mRNA-basierten Grippeimpfstoffs. Diese Forschung bereitet sie darauf vor, einen der ersten Covid-19-Impfstoffe herzustellen. Millionen israelischer, britischer und US-amerikanischer Bürger haben den BioNTech-Pfizer-Impfstoff erhalten, bevor die Langzeitfolgen getestet werden konnten. DNA zur Herstellung von Impfstoffen zu verwenden, ist eine Sache. Aber wofür könnten die Daten sonst noch verwendet werden? Berman wies darauf hin, dass China die DNA amerikanischer Bürger für verschiedene böswillige Zwecke sammeln könnte. Einer der Gründe, die Berman nannte, ist, chinesische Militärwissenschaftler könnten biologische Waffen entwickeln, die Menschen aufgrund ihrer Genetik beeinflussen. Nur wenige wollen diese Möglichkeiten in Betracht ziehen. Eine Waffe, die gezielt eine bestimmte Gruppe von Menschen aufgrund ihres genetischen Codes angreift? Es scheint das Drehbuch von Horrorfilmen zu sein, aber solche Waffen existieren wahrscheinlich bereits. Kurz vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie warnte die Universität Cambridge im Jahr 2019 davor, dass biologische Waffen eingesetzt werden können, um ethnische Gruppen auf Basis der Genetik anzugreifen. Neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Genmanipulation machen dies möglich. Zum Bericht bemerkte The Guardian of Nigeria, Zitat, Ein neuer Bericht des Center of the Study of Existential Risk der Universität Cambridge besagt, dass die Regierungen der Welt versagt haben, wenn es darum geht, sich gegen Bedrohungen wie zukünftige Biowaffen vorzubereiten, die durch künstliche Intelligenz, KI, und genetische Manipulation angetrieben werden. Solche Waffen müssten in der Lage sein, auf spezifische DNA zu zielen und bestimmte Menschenrassen zu töten, während andere Teile der Bevölkerung unversehrt blieben. Biologische Waffen sind wesentlich billiger als nukleare und chemische Waffen und haben ein großes Verhältnis von Wirkung zu Menge. Mit anderen Worten, eine relativ kleine Menge eines biologischen Wirkstoffs kann eine relativ große Anzahl von Todesopfern verursachen. Nach einigen Einschätzungen können der Schaden so groß sein wie durch einen nuklearen Einsatz. Sie benötigen keine komplexen Trägersysteme und ihre Herstellung wird mit dem Fortschritt der Wissenschaft immer einfacher. Aufgrund ihrer relativen Erschwinglichkeit, Wirksamkeit und Flexibilität werden biologische Waffen zunehmend als attraktive Option für nichtstaatliche Akteure betrachtet, so dass Bioterrorismus eine der größten Bedrohungen in Bezug auf diese Art von Waffen darstellt. Zitat Ende Der Cambridge-Bericht warnte davor, dass Wissenschaftler die Kontrolle über die KI-Systeme verlieren und damit einen versehentlichen Massenmord hervorrufen. Nur wenige bedenken jedoch, dass einige Wissenschaftler in dunklen Labors aktiv an Massenvernichtigungswaffen arbeiten, die es auch auf bestimmte Ethnien oder Rassen abzielen. Je mehr Daten ein Wissenschaftler hat, desto spezifischer sind die Waffen, die er entwickeln kann. Hätte es solche Waffen im Zweiten Weltkrieg gegeben, wären sie sicherlich eingesetzt worden. Immer mehr Experten in den USA arbeiten daran, sich dem Vordringen Chinas in den USA entgegenzustellen. Aber es gibt noch eine andere globale Großmacht, die führend in der pharmazeutischen Industrie ist, eng mit den USA verbündet ist und in der Vergangenheit ganze Rassen ausrotten wollte. Dieses Land ist Deutschland. Viele betrachten Deutschland als einen der engsten Verbündeten der USA. Aus diesem Grund wird Deutschland die Einsicht gewährt, die China illegal zu erlangen sucht. Hätte Pfizer mit einer chinesischen Firma kooperiert, um einen Impfstoff zu produzieren, hätten viele Alarm geschlagen. Aber nur wenige sind besorgt über die Kooperation von BioNTech mit dem US-Unternehmen. BioNTech ist ein kleines Start-up, das plötzlich zu globaler Bedeutung aufgestiegen ist und eine unglaubliche Finanzierung aus den USA erhalten hat. Aber auch ein anderer Gigant aus der Welt der Pharmaindustrie hat sich stark in den Kampf gegen die Pandemie eingebracht, die Bayer AG. Kombiniert man das Wissen, das BioNTech gesammelt hat, mit der Erfahrung und Ausrüstung, über die Bayer verfügt, erkennt man schnell die Gefahr, die darin liegt, einem ehemaligen Feind zu vertrauen. Die Bayer AG ist ein deutsches multinationales Pharma- und Life-Science-Unternehmen, das zu den vier größten Pharmaunternehmen der Welt gehört. Auf seiner offiziellen Webseite stellt Bayer fest, dass sich das Unternehmen auf die Vorbeugung, Linderung und Behandlung von Krankheiten und die zuverlässige Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln, Futtermitteln und pflanzlichen Rohstoffen konzentriert. Mit anderen Worten, Bayer hat den Schlüssel in der Hand, um das Überleben von Millionen von Menschen zu garantieren, auch von Millionen in den USA. Bayer ist in allen strategischen Geschäftsfeldern in den USA und Kanada vertreten und beschäftigte in 2019 in der Region über 20.000 Mitarbeiter, die einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro erwirtschafteten. Im vergangenen Jahr hat Bayer die Finanzierung zusätzlicher Testzentren, die Unterstützung von medizinischem Personal und Blutspendenaktionen für Covid-19-Initiativen in den USA unterstützt. Im Jahr 2016 hat Monsanto zugestimmt von Bayer AG, in einer 66 Milliarden Dollar All-Cash-Übernahme gekauft zu werden. Die Scientific America bemerkte zu dieser Zeit, Zitat, Der Deal wird ein Unternehmen schaffen, das mehr als ein Viertel des kombinierten Weltmarktes für Saatgut und Pestizide in der sich schnell konsolidierenden Landwirtschaftsbranche beherrscht. Zitat Ende. Im Jahr 2016 war Monsanto das größte Saatgutunternehmen der Welt und kontrollierte 23% des globalen Marktes. Nun hat Bayer diesen amerikanischen Giganten übernommen. Wenn man bedenkt, dass die USA diese Übernahme erlaubt hat, muss die Regierung viel Vertrauen in Bayer setzen. Das ist mehr als bedenklich, wenn man die Geschichte des Unternehmens betrachtet. Bayer war einst Teil des Firmenkonklammerits IG Farben, das mit dem Naziregime kooperierte und viele seiner Verbrechen und Fortschritte in der Wissenschaft ermöglichte. Nach dem Krieg teilten die Alliierten das Unternehmen in vier separate Firmen auf. Bayer, BASF, Höchst und Casella. Heute behauptet Bayer, eine Kraft für das Gute zu sein. Aber bedenken Sie, was ein Weltkonzern wie Bayer anrichten könnte, wenn er wieder einmal eine Allianz mit einem bösen staatlichen Akteur schmieden würde. Bayer hat das wissenschaftliche Verständnis und die Fähigkeit, Biowaffen nicht nur herzustellen, sondern auch freizusetzen. Hier nur ein Beispiel. Anstatt Pestizide oder biologische Wirkstoffe zu entwickeln, die Pflanzen vor Unkraut, Pilzen oder Insekten schützen, könnten Pestizide eingesetzt werden, um ganze Ernteproduktionen zu vernichten, was zu einer großflächigen Hungersnot führen würde. Pestizide könnten auch entwickelt werden, um die Nahrung zu vergiften und gezielt Schwächen im Immunsystem anzugreifen. So könnten Amerikas Lebensmittelvorräte genutzt werden, um Millionen zu vergiften. Andere Biowaffen können die Bevölkerung direkt wie eine Infektionskrankheit angreifen. Biowaffen wurden im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Aber stellen Sie sich vor, wie viel verheerender der Krieg gewesen wäre, wenn Adolf Hitler Zugang zu den Forschungsergebnissen der heutigen Wissenschaftler gehabt hätte. Wie heute nutzte auch Hitler die Wissenschaft, um die Gesundheit seiner Bürger zu stärken. In Nazi-Medizin und Forschung am Menschen stellte Prof. Volker Rölke im Dezember 2004 fest, Zitat, Die Rassenhygiene wurde als angewandte Wissenschaft verstanden, die auf den Gesetzen der Genetik beruhte und für die Verbesserung der Gesundheit des Volkes oder der Rasse unerlässlich war. Zitat Ende. Es war Hitlers Ziel, das deutsche Volk zu stärken und die jüdische Rasse zu vernichten. Antisemiten hatten das gleiche Ziel vor ihm und Antisemiten haben das gleiche Ziel heute. In IBM und der Holocaust erklärte Edwin Black, wie böswillig Hitler mit der fortschrittlichsten Technologie arbeitete, die ihm zur Verfügung stand, um jedes jüdische Leben zu vernichten. Stellen Sie sich vor, wie viel verheerender sein Plan heute wäre. Viele glauben, dass Chinas Vordringen im medizinischen Bereich der USA eine Gefahr für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Millionen von Amerikanern ist. Das ist wahr. Ob das gleiche könnte über Deutschland gesagt werden, wäre es nicht für die Tatsache, dass Deutschland als Verbündeter der USA gesehen wird. Die Bibel offenbart jedoch, dass China und Deutschland zusammenarbeiten werden, um Amerika zu Fall zu bringen. Für die meisten sind solche Überlegungen zu schrecklich, um sie auch nur in Erwägung zu ziehen. Doch die biblische Prophetie meint ein lebhaftes Bild davon, wie ein solcher zukünftiger Holocaust aussehen wird, wenn wir nichts zuvor bereuen. In einer Erklärung über das fahle Pferd aus Offenbarung 6 heißt es in unserer kostenlosen Broschüre The Four Horsemen of the Apocalypse, Die Vier Reiter der Apokalypse, die Broschüre ist erhältlich in Englisch auf unserer englischen Hauptwebseite, thetrumpet.com Und ich zitiere Andere Bibelübersetzungen beschreiben das fahle Pferd als ein aschfarbenes Pferd, ein kränklich grünes Pferd, ein kränklich fahles Pferd und ein aschfahles Pferd. Wir haben immer wieder betont, dass wir auf Christus, den Offenbarer, schauen sollten, um diese Siege und Symbole zu erklären. Es liefert uns das korrekteste Wort, um die wahre Identität dieses fahlgrünen Pferdes zu entschlüsseln, was die besten Übersetzungen der Menschen nicht tun können. In der Schlachterbibel in Matthäus 24, Vers 7 heißt es, es werden Seuchen kommen. Der Mann auf dem fahlen Pferd symbolisiert klimatische, weltumspannende Plagen und Pandemien, die in diesem modernen Zeitalter bereits auftreten sind und bald auftreten werden. Schlagen sie in einer beliebigen Bibelkonkordanz solche nach und sie werden erstaunt sein, wo die Verbindung zwischen dem zweiten, dritten und vierten Pferd, die für Kriege, Hungersnot und Pestinenz stehen. Diese drei Reiter leiten ihren Ursprung direkt von dem ersten Reiter der religiösen Täuschung ab, die wir bereits gezeigt haben. Weltweite Krankheitsepidemien werden im gleichen Zusammenhang mit den anderen Reitern in Offenbarung 6, 1-8 und in den drei Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas erwähnt. Weil sie aufeinander folgen, mehrere Millionen Menschen werden an Krankheiten und Seuchen zugrunde gehen, wenn sie die verheerenden Auswirkungen der nuklearen Bombardierung und des anschließenden Hungers überleben. Dies wird die Gesamtzahl der Todesopfer aller vier Reiter auf ein Viertel der gesamten Menschheit bringen. Bei einer Weltbevölkerung von über 7,8 Milliarden Menschen können diese Zahl sogar 2 Milliarden erreichen. Viele biblische Prophezeiungen, die von einer kommenden Hungersnot sprechen, sprechen auch oft von Seuchen. In Jeremia 21, Vers 9 zum Beispiel heißt es, wer in dieser Stadt bleibt, der wird sterben müssen durch Wert, Hunger und Pest. Wer sich aber hinausgibt und überläuft zu den Kaldären, die euch belagern, der soll am Leben bleiben und soll sein Leben als Beute behalten. Das ist eine Prophezeiung für das heutige Israel, hauptsächlich die Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Staat Israel. Wie in Deutschland und das Heilige Römische Reich erklärt, beziehen sich die Kaldäer auf das heutige Deutschland. Doch die wahre geistige Kraft hinter diesem Angriff ist Satan der Teufel. Der Verstorbene Herbert W. Armstrong und der Chefredakteur der Posaune Gerard Flury haben die Warnung von dieser Prophezeiung jahrzehntelang verkündet. Diese Prophezeiungen sagen voraus, dass unter anderem Amerika wirtschaftlich belagert wird und dass viele in Hungersnöten und durch Krankheitsausbrüche sterben werden. Der Flur hat zuvor erklärt, dass eine Prophezeiung in Jesaja 23 und 5. Mose 28, Vers 52 zeigt, dass China und Deutschland zusammenarbeiten werden, um Amerika zu belagern. Infolgedessen wird Amerika von internen Kämpfen, Hungersnöten und auch Krankheiten geplagt werden. Diese Krankheiten können sich sicherlich auch auf Biowaffen beziehen. Aber es gibt Hoffnung. Die Bibel offenbart, dass Millionen und sogar Milliarden von Menschen auf diesem Planeten in wenigen Jahren ihr Leben verlieren werden. Jesus Christus selbst prophezeite in Matthäus 24, Vers 22 Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Aber in dieser Prophezeiung liegt eine großartige Hoffnung für die ganze Menschheit. Diese Hoffnung liegt in Gottes kommendem Eingreifen. Gott lässt die Rebellion der Menschheit so lange zu, bis kein Zweifel mehr daran besteht, dass der Mensch völlig unfähig ist, über sich selbst zu herrschen. Durch den Teufel getäuscht und verführt, weigert sich die Menschheit, sich Gottes liebevoller Regierung zu unterwerfen und seine Gebote zu halten, die wahres und dauerhaftes Glück bringen. Heute vertrauen die Menschen der Wissenschaft und der Medizin mehr als Gott. Der Mensch verlässt sich heute auf die Medizin und Wissenschaft. Doch dieses Wissen wird sie morgen plagen in Form von neuer militärer Technologie. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und duldet keinen anderen Gott neben sich. Herbert W. Armstrong erklärt in seinem Buch Geheimnis der Zeitalter, warum die Menschheit versagt hat, über sich selbst zu regieren. Aber weit mehr beleuchtet Herr Armstrong das hoffnungsvollste Thema, das sie je gelesen haben. Gottes unglaublicher Plan der Erlösung und des Weltfriedens. Mein Name ist Josi Michels. Die kostenliederatur können Sie auf unserer Webseite dieposaune.de bestellen. Sie können auch an info at dieposaune.de schreiben. Beobachten Sie weiterhin Ihre Welt, in der Sie leben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.